Ich werde ihm sagen, dass Christon sein Sohn ist. Oh. Er ist seit zwei Wochen weg. Der Polizei ist es vollkommen wurscht und mein Mann ist ein Schwächling. Nach 17 Jahren sagst du mir, dass ich einen Sohn habe, drei Minuten später sagst du mir, dass ich ihn nicht mehr habe und jetzt verlangst du von mir, dass ich ihn finde. Ich habe einen Sohn. Ist das wahr? Er ist abgehauen. Einfach verschwunden. Ich kann es immer noch nicht fassen. Oh, Christine, du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin. Gaston! Kennen Sie den? Seid ihr Bull? Nein, 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 das ist mein Sohn. Pierre Richard und Gérard Depardieu haben eines gemeinsam. Einen verlorenen Sohn. Auf der Suche nach ihm geraten sie an unheimliche Dunkelmänner. Zwei Männer mit Rasiermesser in der Toilette. Sehen Sie, was sie gemacht haben? Ich komme mir vor wie ein Streifenhörnchen. Kommen Sie. Unglaublich. Zwei irre Spaßvögel. Morgen 20.15 Uhr FS1. Liebe Zuschauer, das werden nun zwei spannende Stunden in FS2. Terence Hill, der sonst den schlagkräftigen Bud Spencer zur Hilfe holen kann, versucht es nun im Alleingang, das Abenteuer ein richtiger Mann zu werden. Sehen Sie ihn nun als eleganten Engländer, der sich zum Draufgänger mausert in der Westernkomödie. Verdammt verflucht und Halleluja. Jede Untertitelung des ZDF, 2020